Hey Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Valhalla auf Mime und Minkings Kanal. Ja, hallo. Wenn man sich nicht abgesprochen hat, wer hallo sagt. Ja, ja, nicht. In der letzten Folge sind wir hier auf den Berg gegangen, haben unsere Häuser gebaut. Mittlerweile sind die Bäume auch ein bisschen verdampft hier. Verdampft, Alter, hast du auch schon gesagt. Ja, und dann würde ich sagen, auf in die Hölle. Oha, das sieht übel geil aus in dem TP, Alter. Äh, ich bin noch nicht drin. Nein, ich meine jetzt das Portal. Loll. Stimmt. Bisschen glitzern, ne? Gehen wir rein. Ja. Ich glaube, wir werden sterben. Ja, ich hoffe. Das ist das Ziel, Leute. Oh Gott, das sieht alles übel komisch aus. Oh Gott. Ich muss in der Hölle den Shader ausmachen. Äh, ich muss verhaben das Texture Pack, oder? Ist das das? Ja, 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 ich sehe mein Texture Pack raus. Okay, Leute, die Hölle kann ich ohne mein Texture Pack machen, ansonsten erkenne ich nichts. Ich höre dich einfach nur verarmen. Ich weiß, was. Stimmt, aber ich habe voll Glück, weil mein Shader, bei dem, also meistens ist es beim Shader dann so, dass es in der Hölle extrem dunkel ist. Wahrscheinlich auch bei dir der Fall. Weil, bei meinem Shader ist es tatsächlich nicht der Fall. Was ist das denn? Was bist du? Gott. Bei mir war es übel hell. Und die Sache ist halt, dadurch habe ich nichts weiter gesehen und, ja. Ja, okay, das ist... Ich habe schon wieder gecrashed. Nein, bitte nicht. Nicht schon wieder. Also merke ich mir, ich sollte nicht mein Texture Pack während der Aufnahme, während einer Folge auf dem Server wechseln. Ja. Alter, übrigens, wir sind direkt neben einer Festung gespawnt. Ja, ja, das ist meistens, aber eigentlich nicht, ja. Ah, die Festung. Ist meistens, aber eigentlich nicht. Ne, ne, das ist eine andere Version. Achso. Achso, ja, klar. Ich brauche hier unser Portal mal ein bisschen zu, nicht, dass das kaputt geht. Ich mache das, ich habe ein Feuerzeug mit, aber die Sache ist, ich glaube, mein Game ist gecrashed. Ah, ne, jetzt, ich höre wieder was. Oh, ich bin wieder da. Ja, hallo. Ach, jetzt habe ich das Texture Pack von der Dingens Mod. Was ja nicht deaktivieren kann, glaube ich, oder? Ne, das ist, glaube ich, so. Aber le... Dann nehme ich unser Tepe hier wieder rein. Nice, nochmal laden. Geil, oder? Ja. Das ist Musik, in meinen Ohren. Gut, hier geht es gleich tief runter, ne? Ja. Nur so, dass ich es erwähnt hätte. Kannst du bitte aufhören? Ich höre die... Alter! Sorry, ich muss dich... Ja, digga, das war ein Ausversehen. Digga. Pass auf, was du machst. Sonst würde ich gleich ein Fortnite zerfickt. Nee. Nicht? Sondern, wenn ich hier runterfalle in Laberkrache, kriege ich deine Rüstung. Okay. Ja, hier unten ist tatsächlich nämlich Laber. Ja, ach, ist der in der Hölle meistens. Ja. Wenn jetzt Manu und so von der Ecke um die Ecke kommen und mich runter schießen, was machen wir dann? Dann sind wir gefickt. Oh, wir sollten vielleicht mal in den Aufnahmetall gehen. Stimmt. Warte mal. Ja, change mir kurz, ne? Alles schon gegangen. Toll. Ich labere einfach noch weiter, Alter. Und du bist einfach abgehauen. Und es hat keinen Sound gemacht. Und ich dachte, du bist noch da. Ist mein Gate gecrashed? Achso, nee, Minecraft ist... Nee, Minecraft ist gecrashed. Okay, das geht mit dem Shader. Muss mal gucken. Die Frage ist, wie es ohne Shader ist. Ich schubf's dich mal runter, oder? Also nicht du, sondern ich meine den Zombie. Er sitzt tot. Der greift nicht an. Was, der greift nicht an, was Laber ist? Oh Gott, stimmt. Die haben das gesehen, aber ich... Aber die haben doch... Oh, oh, oh. Alter, hier sind so viele. Oh mein Gott. Du bist fein, du bist fein, Alter. Ich dachte, ich dachte... Ich wusste das nicht. Also ich wusste es schon, aber ich habe keine Blöcke. Oh mein Gott. Digga, wie viele sind das denn? Alter. Bruder. Digga, ich wusste nicht, wo der Eingang zum Portal ist. Oh. Nein, die kommen alle. Hilfe. Hilfe. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Oh Gott, die kommen durch. Ja, ja. Oh mein Gott. Herz, ein Herz, ein Herz. Ich darf nicht sterben. Ich bin in meinem Haus. Komm rein. Ich bin doch auf dem Baum. Oh mein Gott. Digga, ich bin das. Digga. Oh mein Gott, Hilfe. Wieso hast du was gemacht? Ich dachte, ich wollte ihn einfach mit Just for fun runterschubsen. Ich habe doch nicht gedacht. Ja, der Just for fun hat nicht gut funktioniert. Guck mal, ich wollen die gar nicht. Hol, die wollen alle mich. Schlag sie doch einfach noch weiter auseinander. Oh ne, da sind auch noch so dumme Mini-Zombies. Achtung. Ja, okay, Leute. Also, was lernt man daraus? Kein Zombie-Piglin ins Lava-Piglin. Oh mein Gott. Alter. Nicht ins Lava. Die schmeißt. Ist das ernst? Fängt gut an, oder? Wo bin ich jetzt hier? Ich hoffe, dass wir jetzt nicht mehr so akkro sind, wenn wir jetzt wieder zurückgehen. Ne, ne. Die kennen uns gar nicht mehr. Die kennen uns nicht wieder. Ich gehe mal gucken, oder? Dann sage ich dir mal kurz. Achso. Ja, egal. Oh Gott. Doch, doch. Oh Gott, sind hier viele. Die kommen gerade alle durchs Fatal. Ich bin tot. Joi. Nein. Aber wirklich ist dein Zeug oben geblieben. Wo bin ich denn jetzt gespawnt? Achso. Ne. Ich bin am Spawn gespawnt. Was? Nein, oder? Mein Bett wurde blockiert oder zerstört? Nein. Du hast dein Bett vorher abgebaut, wo du gebrochen hast. Achso. Vollidiot. Äh. Ich mache jetzt was. Äh. Ganz kurz, Leute. Augen zu. TP sich zu mir. Ja. Okay. Augen auf. Oh oh. Das könne ungesungen werden. Ich mach kurz. Ich setze kurz einen Spawnpoint. Und dann gehe ich wieder kurz meine Items holen. Dig mal. Wieso wollen die mich denn immer noch? Ich bin doch tot. Leute. Meine Items. Meine Items hat er aber teleportiert. Oh Gott. Ah. Ein halbes Herzen. Ich bin schon wieder tot. Aber. Oh Gott. Hä? Aber ich spawne immer am Spawn. Hä? Ich hab doch vorhin geschlafen. Dann musst du hier mal auf dein Bett drücken. Ja, hab ich. Vielleicht wird das blockiert, weil die Bettdecke zu niedrig ist. Du kannst jetzt nicht schlafen, aber das sollte doch gehen. Ich hab hier aber auch geschlafen währenddessen. Ich baue mal kurz die Bergbank ab. Scheiße. Aber ich muss kurz meine Items holen. Ja, da raus da. Ich hab halt keinen Bock, dass die die spawnen, ne? Ey, wir müssen die einfach ganz kurz aufräumen. Ich bin gleich tot. Oh mein Gott. Ich hab dich gehittet. Ja, ja. Ich hab dich erschwert. Hast du deine Rüstung wieder? Ne, noch nicht alles. Na, die Drachenrüstung ist das Wichtigste. Ja, da hab ich... Fehlt mir noch an den Ding. Oh ne, ich hab jetzt alles. Ich hab jetzt alles. Oh Gott, kommen hier viele. Oh mein Gott. Digga, ich hab keine Items. Das ist mein Problem. Mann, wieso ist denn auch schon wieder Nacht, Alter? So, ich hab ja alle gekillt von mir jetzt, da. Ja, da ist noch einer. Alter. Sorry. Ähm, ist es jetzt schlau, wenn wir wieder reingehen? Mein Helm ist Hassschrott. Warum waren da auch so viele, Alter? Ja, ich check's auch nicht. Hä, hier ist einfach einer, aber der ist chillig. Ich hab kurz schlafen. Das ist unser Homie, warte mal. Ich bin jetzt kurz schlafen und tu mir jetzt erst kurz mal mal einen neuen Helm machen. Neuer Eisenhelm, mein Lass mich verschenken. Ey, was bist du für ein Irgendwaser? Ach, man muss das ja mit den Platten machen. Hast du noch einen Hammer? Ich hab einen Hammer irgendwo. Ich bin ein Mensch. Oder Zombie. Wie schafft man sich so einen Hammer? Ähm, warte mal, ich muss kurz konzentrieren. Was machst du? Nein. Och, nee, warte mal. Ich will einen Händler. Lol, hier ist ein Händler. Hier ist ein unsichtiger Händler. Was handelt der, Alter? Komm, geh ins Haus. Schwarzer Farbstahl. Ja, der handelt nur scheiße, Alter. Aber warte mal, der hat doch Lein. Ich hab einen Drachen gehört. Hat der Lein? Ich hab mich selbst eingebuddelt. Nein, was machst du denn? Der ist in der seriöse Art und Weise verschwunden. Hm. Hast du getötet? Nein. Okay. Ey, was bist du für ein Assi? Also nicht du jetzt, sondern dieser Dings. Danke! Danke! Wie macht man sich einen verdammten Hammer? Mit Eisen und Sticks. Zwei Eisen, zwei Sticks. Und dann irgendwie noch spezielle Art. Können wir kurz schlafen, bitte? Ja, können wir machen. Können wir danach mal einen geben? Was heißt den Hammer auf Englisch? Hä? Äh... Hammer? Nee, ja, man ist auf Deutsch. Ach so, wird der gebaut. Okay. Oh Gott, was ist das schon wieder für eine Folge. Ja, alles deine Schuld ist das. Eigentlich schon. Aber egal, Leute. Junge, wenn wir jetzt nicht wegen Tieren in den Nether können, dann schlage ich dich, Alter. Komme ich zu dir gefahren und schlage dich. Ja, okay. Scheiße. Was mache ich jetzt, Leute? Geh dich ja graben. So. Gehst du mal noch schlafen, oder? Oder wird schon wieder Tag? Ja, ja, ich kann was in die Kiste einsetzen. Also. Alter, so viel Stress und alles irgendwie. Eigentlich schon, ne? Also, irgendwie. Aber trotzdem kannst du, wie lange man überlebt, ne? Ja. Und drauf an wer. So, jetzt ist ein neuer Tag. Komm, bitte. Neuer Tag, neues Glück. Mach doch nicht so viel Stress, bitte. Geh mal ganz kurz gucken und wenn sie da sind, dann kommst du raus und dann... Sie sind da und sie greifen mich an. Okay, dann lock sie mal hier wieder raus. Oh mein Gott, mein Helm ist kaputt gegangen. Ich kriege übel viel Damage. Oh Gott. Alter, hier kommen so 10.000 da raus, Alter. Oh mein Gott. Okay, jetzt mit dem Nether können wir abblasen. Scheiße, Mann. Ne, ne. Irgendwann wird das nicht aufhören. Irgendwann sind die auch aus der Reserve gelockt. Erst wegen den Idioten, Alter. Die haben hier super viel Damage gemacht. Ah ja, hast du meinen Bogen noch? Ja, ja. Ich bin ja nicht gestorben. Ich habe ihn eingesammelt. Ach so. Digga, was kann denn das sein, dass das eine viel größere Bedrohung ist, diese Viecher als... Als viel ein Drachen, Alter. Als verdammten Drachen. Ja, ist halt so. Eieiei, Leute. Und alles nur wegen mir. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, in die Hölle verschieben wir nochmal. Ne, komm, wir müssen die jetzt am rauslocken. Irgendwann werden die nicht mehr da sein. Wir müssen in die Hölle... in der Hölle... Ja, wir müssen in der Hölle da ganz kurz raus. Und dann können wir die in der Hölle töten. Ich habe eine Idee. Alter, sind das viele. Oh mein Gott. Nein, vor allem jetzt kommt noch so eine scheiß Lohe, Alter. Wenn ihr mich da runterschubst... Ich bin halt so tot. Ja, ja. Oh mein Gott. Nein, die habe ich wirklich runtergeschubst. Wie ehrenlos. Ich höre dich brennen. Hast du gut erkannt? Oh Gott, sind das viele! Ja, eben. Hast du in die Lava runtergeschossen. Ich muss hier jetzt ganz kurz... Warte, ich habe eine Idee. Ich habe einen Pfeifelplan. Komm mal zu mir reingelaufen, zum Portal. Komm mal reingelaufen. Ich habe eine Idee. Äh, ja. Die werden hier auch nicht lang kommen. Warte. Ich habe hier gerade... Ich bin... Also, weißt du, was ich meine? Ich habe hier übel viele gerade schlagen. Und daher... Komm mal zu mir. Die sind jetzt alle hier unter mir. Die werden dich nicht angreifen. Ja, die wollen... Digga, wieso sind das so viele? Wieso sind hier Hühner, Alter? Oh, sorry. Hühner? Ja, ich habe einen Huhn gehören. Gehören? Du hast einen gehörten Huhn. Ja, ich meine... Ja, nee. Also, ein Huhn gehört. Alter. Sind da noch welche? Ja, guck. Ein paar Einzelne. Aber guck, wir haben es überlebt. Oh, und die sind jetzt schon wieder... Genau. Die sind jetzt schon wieder Homies. Aber hier kommen übel... Viele, oder? Nee, nee. Warte, hier hinten kommt einer. Der hat das Schwert gezogen. Der kommt zu dir. Du musst hinten an unser Portal laufen. Oh, oh. Nicht schlagen. Komm hinter unser Portal. Du hast keinen Helm auf. Ja, meines ist wahrscheinlich kaputt. Wenn er hier kommt, schnall ich ihn weg. Das nicht dauern. Ja, ja. So, und die anderen haben es... Ihr habt es nicht gesehen, ne? Ja, ihr seid Homies. Nee, genau. Das sind alles ihre Männer. Okay, lass uns in die Festung gehen. Okay. Alter, so ein Stress. Lo, was passiert? Okay, nichts. Warte, ich bin zackt mit Glück. Nee. Was machst du eigentlich gerade, ne? Achso, du fandst. Achso, stimmt. Wir brauchen einen Stein. Ich baue mir ein paar Blöcke ab. Nein. Ja. Ja, ja. Ich baue mich extra mit Bruchstein hier rüber, weil den kann ein Garst nicht kaputt schießen. Okay, echt? Okay, wusste ich nicht. Na, diese Netterblöcke... Das ist aber gefährlich hier, du weißt. Wenn der Garst die anschießt. Bin in der Festung. Ach nee, das ist der Lava, warte mal. Hä? Wir müssen noch weiter nach oben. Okay. Du machst das... Oh Gott, wenn ich hier runtergesprungen wären, Alter. Guck mal. Guck da. Eine schreckliche Festung. Achso, jetzt sind wir drin, ne? Oh yeah. Jetzt geht's los, Leute. Ja, muss man sich denn hier hochkramen, Alter. Jetzt kommt die nächste Challenge, Alter. Ich mach mir den Lava-Eimer. Weil Wasser ist hier eh weg, ne? Ja, ja. Jetzt hab ich den Lava-Eimer. Ähm, wollen wir einfach rennen, oder? Gas, ich den Gas. Oh Gott. Ich hab'n Bogen, warte. Ich hab'n getroffen. Ja, moin. Zielübung. Ja, Meisterschütze nennt man mich. Oh, hier ist ne Lohe. Oh ja, die sind wichtig. Ich hab' die jetzt mal weggegriffen. Achtung, die schießen jetzt ein bisschen. Ja, ja, die. Ich suche grad nach Drohen, weil die können Dias behindern. Oh, Natterbarzen, die brauchen wir, um Trickets machen. Oh ja, nimm unbedingt. Nimm auch Soul Sand mit. Ja, dann können wir ne eigene Farm anlegen. Ja, eben, deswegen, ja. Digga, aber ich find' irgendwie gerade gar nix. Na, ich renne hier grad so'n bisschen hin und her, auch nach oben bin ich jetzt so. Ich seh' den Gas dahinten, ich seh' Widderskelette. Ich hör' die Lohn schießen. Wow, Alter. Die hat mich fast getroffen, ne? Das geile Sekunde einfach mal, katzack. Oh. Ja, und jetzt? Hier unten geht der, guck mal, der Bruchstein der Höhle geht hier unten noch weiter, der Festung. Da ist die Ziegel. Oh, Quarz, cool. Level? Ich lauf' hier jetzt aber auf. Ja, toll. Cool Spiel. Ja, graben wir uns einfach weiter, oder? Ne, ne. Wir gehen auf die Festung. Die Festung ist ja noch nicht erkundet. Ich glaub' wir sind auch alt... Alter, wie schnell sie... Ja, Digger, wir sind im Net... Ja, jetzt kannst du dich nicht löschen. Das hört nicht auf. Ich snack gleich ein Gold, wenn das weitergeht. Hilfe! Oh Gott, wieder Skelette. Oh shit. Ähm, das wird jetzt ungesund. Ich hab' meine Schildteile gar nicht in der Zweite Hand. Oh mein Gott, bin ich dumm. Hatte ich kurzzeitig auch nicht, also wenn er herrlich chillig... Ich hab' einen Magenwarnwürfel... Oh, lol, die vermehren sich, ja. Ja, ja, ich hab' auch grad eingekillt. Lol, da oben sind auch noch Zombies drauf, ne? Aber egal. Wart mal hier nach rechts... Achso, das war's grad langgelaufen. Lass' mal nicht nach unten gehen, hier sind ja noch viel weitere Gänge. Hier, dahinter geht's ja auch noch weiter hier unten. Lol, da drüben geht's weiter, guck' mal. Ja, da sind wir grad langgelaufen, ne? Ne, ne, hier. Ich hab' hier noch mehr gefunden. Ich bin hier auf einer großen Platte. Okay. Die kannst du auch langkommen. Ja, ich bin hier auch gerade irgendwo. Wir sollten zusammenbleiben. Wenigst du? Verlieren wir... Wir haben ja... Wir haben ja nicht gehört, dass wir die Daten auf unserem Portal aufgeschrieben, ne? Stimmt es. Nein, ich bin so dumm. Nein. Oh mein Gott. Och Gott. Ich bin grad zwischen zwei Festungen runtergefallen. Genau. Ja. Die unten ist Quarz. Jetzt hab' ich ein paar Level gefahren für den Nächstes. Cool. Ich muss... Ähm... Oh Gott, hier ist ein Dingenspawner. Ah! Feuer! Ich brenne! Okay. Junge, ich bin so lone. Ja, ich... Also... Du kriegst einen Feuerschutz mit ner Feuerdrachen. Kann mir das jemand erzählen? Ja, das versteh' ich auch nicht. Frag die Entwickler. Und oben sind anders viele Zombies? Autsch. Bitte tu mir eingefallen und schlag' keinen Zombie. Okay. Ich versuch's. Ey, Junge, ich bin jetzt schon da. Hast du Level 20, ne? Ja, moin. Ich bin leveln. Ach, Mann. Was kann's denn, dass du übersteuert? Übersteuert? Nee, der Ton hat gerade übel rumgebackt. Okay. Weil ich hab eigentlich gerade kaum einen Ton rausgebracht. Da wird 20. Ja, Quarz ist echt okay, ne? Jaja. Das stimmt schon, aber... Brauch man's, glaub ich nicht. Ich bin hier halt irgendwie... Ah, hier geht's noch runter. Toll. Hat sich hier gelohnt. Das ist halt die Sache. Ich hab keinen Plan, wo unser Portal ist. Ja, so noch, weiß ich, glaub ich, wo. Irgendwo an der... Ach, doch, ich seh's sogar. Warte, ich tu mir mal die Koordinaten von hier aufschreiben. Da haben wir sicher eine Koordinaten, wo man weiß, dass man da zum Portal kommen kann. Ja, schreib mir mal über Discord, dann. So, warte. Cape, Discord. Mein King, da. So. 7, 8, 6, 8... Sag's doch nicht! Ja, und? Ja, und? Oh, nee, wohl das Skelett. 6, 8, Ja, aber Tigger. 7, 47, glaub ich. Wenn die dann im Nether dahin gehen und durch unser Portal gehen, kommen die dann auch bei uns raus. Ja, und? Da sind sie schneller, wenn sie an der Oberfläche langrennen. Ja, okay, das stimmt. Abgesehen davon, dass man bei dir in jedem Video die Koordinaten oben links in der Ecke sieht. Ach, servus. Moin. War hier noch Quarz? Ja, ja. Pass auf, dass du nicht insolviertest. Ja, ich hab Angst, dass er da runterfällt, Alter. Alter, du hast gar nicht unter mir einen Block abgebaut. Ich weiß. Boah, du hast mich aber hier fast runtergeschubst. Auch nicht fair. Du bist runtergefallen. Ich bin runtergesprungen, weil ich auch dann gehe ich jetzt auch weiter. Super unterirdisch hier. Okay, hier ist nochmal eine Lohe. Ach, natürlich fliegst du weg. Warte mal, von hier sind wir gekommen. Jo, spielheizende. Okay. Scheiß Geist, Alter. Oh Gott, hilf mir, hier ist ja, Alter, mich greift ein Widder-Skeletter an. Oh Gott. Ah. Alter, Bruder. Oh, was war das denn ein Movement, Alter? Lol. Ich hab Kohle bekommen. Wir könnten halt einfach den Widder in der Base von jemandem anders beschweren. Boah, das müssen wir mal machen. Boah, aber das ist übel asozial. Die würden uns, die würden uns so hassen. Ja und? Ja und? Das ist ein wirklicher Projekt. Ja, stimmt. Ey, ja, lass machen. Aha! Ah, hier hast du dich rüber gebaut, okay. Ich hab hier, ouch, ich hab hier aber nochmal einen neuen Gang gefunden. Ich geh mal den lang. Ja, ich find hier auch so einige Gänge, aber ich find's traurig, dass wir noch keine Kiste gefunden haben. Ja, ja, ne? Ja, ich hab drei Sackgassen gerade hier. Bruder, es sieht auch alles so gleich aus. Ja, hier sind die Sackgassen. Achso, lol. Moin. Ich hab einen Lohn-Spawner gefunden. Hab ich auch schon einen abgebaut. Hast du denn lang gelaufen? Also, ich bin irgendwie komplett lost. Bin ich hier wieder hoch? Hallo, lasst mich mal bitte in Ruhe. Ich will doch nur euer Spawner abbauen. Das ist gar kein Spawner. Nein. Hey, ich hab gehört, wie du ein Level bekommen hast. Ja, ja. Ja, ich bin sicher. Guck mal nach oben. Wo bist du? Ah ja. Moin. Lol, unter die Squads. Oh Gott, da. Alles meins. Perfekt. Meine Maus packt rum. Was soll das denn? Lol, was war das denn gerade für ein Bug? Boah, Brudi. Ich weiß nicht. Oh, hier ist nochmal ein Lohn-Spawner. Ich hab den jetzt mal abgebaut. Bist du, dass der hier gerade langläuft? Ja. Ja, ja. Okay. Ey, aber es kann doch nicht sein, dass wir immer noch keine Kiste haben. Dann gibt es die in der Version vielleicht noch gar nicht. Kann das sein. Doch, die gibt es doch safe. Die gibt es doch schon länger. Kisten. Ja, Kisten, ja. Aber diese Höhlenkisten, die Höhlenkisten länger. Ich geh jetzt nochmal in die andere Richtung. Von da, wo wir gekommen sind halt. Ja. Boah, hier ist eine Sackgasse. Ah, nee. Geht's noch weiter. Es ist meistens einfach so über random diese Kisten. Ja. Okay, doch. Es ist eine Sackgasse, aber hier kann ich noch mal graben. Nee, ist auch nicht. Ist hier unten, unten, drunter vielleicht noch was? Nee, ich hab jetzt meine spezielle Katastrophe hier. Vielleicht bin ich so dumm, Alter. Wo bist du? Ich habe gerade Glowstone gefunden. Ja, wollte ich auch noch welche mitnehmen. Habe ich auch noch keinen gehabt, Alter. Okay, da hinten ist noch ein Stück Festung. Da will ich noch hin. Weißt du noch ungefähr, wo du hergekommen bist? Ja. Glaub schon. Kannst du mal mal zurückgehen? Also, ich bin jetzt nicht mehr in der Festung, ne? Dann geh mal auf die Festung drauf. Okay. Okay, warte. Aber ich will hier noch kurz den Glowstone, äh, Staub hier mitnehmen. Und noch ganz kurz hier die Quads. Wir sind zum Turm drauf. Von der Festung. Okay. Hier hinten geht es noch weiter und da will ich hin. Ich sehe dich gerade noch nicht. Ähm, ich sehe dich. Hier oben. Ja, ja, fast, ja. Wir gehen ein bisschen weiter nach oben. Ein bisschen mehr nach links. Rechts, äh, rechts, rechts. Ja, ja. Ja, hallo. Hä? Siehst du mich nicht? Ach, da oben auf dem Berg. Ja, ja. Guck mal hierher, wo ich bin. Okay. Oh, das könnte tödlich enden. Ach, egal. Dann würde ich gut fahren. Könnt ihr vielleicht auch nicht. Ähm. Was mache ich denn jetzt? Was machst du denn hier? Oh, mein Gott. Das war so kurz vor Tod. Nein, es kommt zu einer tämlichen Luhe, alter. Füß dich dran. Was mache ich hier? Was soll ich machen? Wo bist du denn da? Ja, jo. Kannst du runter springen? Ja, könnte ich schon, aber ich will nicht verrecken. Ach so, du bist low. Ja, eigentlich nicht, aber ich weiß nicht, ob ich es überlebe. Oh, das sind Pilze. Ja, komm, ich springe jetzt hier auf die Festung. Ja, eben. Autsch. Ja, du bist erstklassig daneben gesprungen. Ja. Oh, da drüben ist wirklich ein geiler Turm. Oh, lol. Aua. Ich habe ich den Tag gerade schon. Weißt du, da hinten, gegenüber, ne? Siehst du das? Ja. Oh. Ich weiß nicht, also... Pass mal ein bisschen auf, ob hier irgendwas kommt. Äh, ja. Es sind nur zwei Lohnen, die beobachten uns, aber irgendwie die sind noch freundlich. Ja, hinter uns. Hinter uns. Da, weit weg. Immer hier. Wir graben uns lieber hier durch den Berg. Bist du sicher? Ja, ja. Ja, sicher ist es sicher. Oh, hier unten ist eine Festung unter uns. Wir sind auch in der Festung. Ja, ja, ich bin hier unten jetzt in der Festung drin. Achso, lol. Hä? Oh mein Gott, nein. Ja, hier waren wir schon. Oh mein Gott. Die werden direkt von zwei Lohnen begrüßt. Oh mein Gott. Sind wir schon drüben? Ja. Ich habe weitergebaut. Das ist aber weitergebaut, oder? Ja. Kein Wrist-Taker, Alter. Oh, oh. Ich kann jetzt aber über den Weg. No, es glaubt an. Achtung, die erwarten dich, ne? Die könnten dich runterbölleren. Ja, ja, ich bin einfach ein Movement, Alter. Oh, ha. Yay. Kein Griff an. Yay. Okay, Spawner abgebaut. Werde gerade von zwei gelben Bastis-Taker. Du darfst nicht landen, dann hast du kein Dammit. Achso, ja, stimmt. Mann, ich hasse das neue System. Äh, Witterskelett. Ja, eben, meine ich. Es leckt, Alter. Ich habe wieder Effekt, ne? Ja, ja. Ich habe ein Wager-Bone. Geil. Ja, ein Knochen bringt uns wenig. Hier unten ist noch einer, okay. Da ist aber noch dazwischen was. Wie soll... Alter, wie groß ist denn diese Festung? Oh Gott, hier ist er schon. Natürlich hittest du mich durch mein Schild, Alter. Du oller Hacker. Hä? Hä? Ich dachte, was, ich hitte dich, aber ich kriege noch mehr. Hä, wieso? Achso. Ich dachte gerade, wieso bekommst du Schaden? Ist hier irgendwo eine Kiste? Das ist ein Glas, warte. Ich shoote den mal an. Oh. Da oben ist ein Lohnspawn, Achtung. Ah, ja. Moin, Leute. Geht's so? Aua. Oh mein Gott, ich bin ja fast tot. Oh. Digga, bist du denn? Renn, 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 renn. Da ist Feuer. Ich bin ja falsch angestorben. Scheiße. Hey, also ich will ja nichts sagen. Am meisten sind wir extrem gute Minecraft-Spieler, oder? Digga, wie sind jetzt schon was weiter hier gestorben? Ja, ist irgendwie, keine Ahnung, Alter. Die sind einfach aber auch OP, muss man sagen. So, das Wichtigste habe ich. Deine Brustplatte und deine Schuhe. Nice. Deine Brustplatte habe ich. Deine Brustplatte und deine Stinkelstiefel, Alter. Ah, die liegen hier halt noch, okay. Äh, wie sind wir denn da hochgekommen? Über die Festung, über die eine. Hier sind wir noch ein netter Dings. Hier, was ist das? Ja, da war's los. Da und Staub. Ja, ja. Mal, ich muss mich gucken, was ich ausdecken kann, weil wir müssen da eh wieder zurückkommen. Oh, nee. Drücke. Wo ist die Brücke, Alter? Das Zeug, ne Lohnhute können wir mitnehmen. Wo? Fleisch, Quarz. Bitte jetzt nicht treffen, Leute. Federn, Goldschwert, weg damit. Ne, jetzt noch hier das Zeug mitzack. Ja, ich bin bei mal wieder bei dir. Alles, okay. Hier unten könnten noch Zeug von dir liegen. Ich hab einfach null auf meine HP geguckt. Oh mein Gott. War ein bisschen dumm. Bisschen dummlich. Ey, ich hab fast runtergefallen. Dann wär ich tot gewesen. Da unten ist Feuer. Ja. Das heißt, deine Alte müssen wir dann weg. Wehren, ja. Aber sind... Nein. Da unten liegt auch noch ein bisschen Zerf hier. Ja, das ist irgendwie... War ein rohes Hühnchen, Alter. Geil. Ja, das ist das, was ich gedroppt hab, weil ich gesagt hab, ist unnötig. Wo bist du denn denn? So perfekt, ohne Schaden hier runtergekommen zu dem Feuer. Ja, hier unten könnte ja was drüber... Ja, hier liegt auch noch was. Wo bist du denn? Äh, nee, nichts Wichtiges. Ach so, ja, moin, Digger. Er hat halt übel da wieder seine Tricks rausgeholt. Ja, hier liegt doch dein Goldapfel. Oh Gott, das mag man. Smag man... Äh, ich bin jetzt hier. Was? Hier, ja, ja, hier, komm. Oh, geil, geil. Richtig. Nein. Warte, die Spitzhacke. Hast du irgendwie noch was von mir, Alter? Die Spitzhacke, die Spitzhacke hab ich. Ja, ich hab ganz viel Zeug von dir hier essen. So, wir gehen jetzt zurück und danach machen wir eine Mainfolge. Ja, Pulli, ich brauch noch eine Spitzhacke. Ja, ich geh zurück an. Wollen wir bei uns auf dem Berg dann so eine Mine? Eingang, Baum, Dings? Ja, ja, klar, aber... Hast du mir noch einen Wassereimer? Wassereimer bringt dir hier eh nichts. Ja, okay. Jetzt kratzt noch, war's. Okay, das nehm ich noch mit. Deine Levels sind ja auch weg. Du bist so ein Kekku, Alter. Ich so. Och mal, Leute. Wenn du hier so wieder so netter rausgehen wollen, bist du wieder tot, Alter. Mit dir kann man echt keine Projekte spielen, dass wenn man tot ist, dass man raus ist. Ey, echt, also, war wohl, wäre gar nichts für mich, Alter. Ich glaube, ich such mir doch für meine Minecraft-Projekte einen anderen Team-Mitglied. Ja, doch, kann ich verstehen. Ne, alles gut. Kann, ich kann auch mit, äh... Gibt sonst irgendjemand noch so viel? Dann sind wir so ein Suicide-Duo, weißt du? An der Suicide Squad. Ja, cool. Bist du eigentlich, bist du schon wieder oben? Ich renne zurück. Ich hab keinen Bock mehr hier, ist gefährlich. Bist du schon auf der Festung wieder drauf? Ich bin schon fast wieder ran. Ohne, äh... Ich klamm grad erstmal nach weg. Ich bin noch nicht mal an unserem Weg. Nicht mal das... Ich weiß nicht, wie schlau das ist. Ja, hab ich noch ein Dias-Schwert noch und meine Rüstung. Ja, jetzt flext er wieder. Oh! Oh! No front, aber das hast du schon mal nicht. Nicht mehr. Die nicht mehr lange... Das ist unser Weg. Ja. Ja, hier sind wir lang gegangen. Dahin stehen zwei Widerskelette, na schön. Hier ist unser Weg. Ich hoffe, ich werde nicht runtergeschossen. Ansonsten bin ich tot und das ist halt nicht toll. Oh, Leute. Ich hab's im Portal angeschafft. Tageslicht. Endlich Tageslicht, Leute. Und ich muss jetzt hier ganz kurz nach meinem... Home irgendwie suchen. Gibt er hier noch? Es sind zwölf. Bist du freundlich oder feindlich? Ach kacke, wie komm ich zum Portal? Oh, hier ist eine Ruhe. Okay, nee, ist freundlich, Leute. Da haben wir Glück gehabt. Wir save in ihn mal. Ja, passiert bestimmt nix. Ich bin mal vier alone. Ich geh jetzt einfach hier nach links und grabe mich jetzt einfach runter. Okay, dann machen wir nächste Folge in meinen Folge, finde ich gut. Ja, ich auch. Ich hab auch so gar nix mehr. Aber immerhin haben wir ein bisschen Level, also ich ein bisschen Level fahren kann. Ja. Ich bin Level 24 jetzt. Ich bin Level 1, fast 2. Cool. Du hast echt viel erreicht, diese Folge. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Ey, ich bin irgendwie viermal gestorben oder so. Ich bin stolz auf mich. Ich bin gerade auch fast einmal gestorben. Ja, das wär's jetzt. Ich bin stolz auf mich, dass ich erst einmal gestorben bin, als ich mich umgebracht habe. Stimmt. Oh, ich bin im Portal. Ist immer so eine Erleichterung, ne? Ja, ja. Weil hier hab ich notfalls Wassereimer. Erstmal alles in die Kiste tun. Ja, fühle ich. Aber meine Kiste ist... Ah, ich hab deinen Wassereimer bekommen. Und dein Schild. Das war ja obvious. So. Okay, wo bist du? Ich bin hier am Baum abbauen. Okay. Die Glaslaschen sehen einfach raus, als wäre da einfach Milch drin. Ich so. Aber Milch ist Gift, Leute. Buh. Buh. Tja, so. Okay. So, das war's mit der Folge. Ich hoffe, ihr habt Spaß an Zusehen. Schaut gerne bei MyKick vorbei, der die ganze Zeit stirbt. Und dann würde ich sagen, Leute, haut rein. Tschüss, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Bis zum nächsten Mal.